Hey, wenn du Bock auf Teelichthalter aus Palettenholz hast, dann bleib dran. Zu Beginn brauchst du diese Würfel. Die bekommst du, wenn du Paletten zerlegst. Und weil die Dinger immer sehr rustikal sind, musst du sie als erstes abschleifen. Damit wir da überhaupt ein Teelicht reinbekommen, müssen wir mit einem 40 mm Forstner Bohrer ein Loch einbohren. Dazu markieren wir uns die Mitte und dann gehen wir in unsere Bohrmaschine. Im nächsten Schritt bauen wir eine kleine Plattform. Dazu nehmen wir ein Palettenbrett, schneiden uns ein kleines Stück raus, entgraden die Kanten. Das kann man z.B. hier mit einem kleinen Hobel machen oder auch mit einem Schleifgerät. Und dann geht's zum nächsten Schritt über. In diesem Schritt möchte ich gerne die Plattform befestigen. Dazu bringen wir einfach unten am Klotz ein bisschen Leim an, bohren uns zwei Löcher, bearbeiten die Löcher mit einem Senkkopfbohrer und dann können wir auch schon zwei Schrauben reinsetzen. Damit ist dann die Plattform befestigt. Wer möchte kann jetzt hier ein bisschen Farbe anbringen. Ich habe das Ganze hier mit einem Feuerzeug ein bisschen angekokelt, weil ich das doch ganz schick finde. Ihr könnt natürlich auch Öl, Lack, Kreidefarbe oder irgendwas nehmen, was ihr gerne möchtet. Ich gehe dann jetzt hier noch mal mit einem Schleifpapier ein bisschen drüber, um die gerade noch abzunehmen und dann ist das eigentlich fertig. Weil der Teelichthalter für die Weihnachtszeit sein soll, bringe ich hier mit roter Wolle noch ein bisschen Christbaumschmuck an. Damit ist der Paletten-Teelichthalter fertig. und kann auch schon in der Wohnung aufgestellt werden. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und auch gerne einen Kommentar, wie du das so fandest oder vielleicht was du besser machen würdest. Dann würde ich sagen bis zum nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!